Ok, los! Nina, wie findest du die Location denn? Die Location ist total toll, die ist ja wunderschön bunt! Kevin, wie findest du denn die Location? Schön, schön bunt ist die Location! Auf jeden Fall! Die ist so schön bunt! Wow, guck dich mal um, hier in Holland ist eine total tolle Stadt! Auf jeden Fall! Ich frag mich nur, warum ich dich krieg, wenn ihr alle die niedergekriegt habt, hier zu drehen. Habe ich mich auch eben gerade gefragt. Aber trotzdem schön hier, oder? Sag mal Jochen, was hältst du denn von der Produktion so weit? Ja, ganz nett, ganz nett! Uns auch noch Fragen? Dem geht's gut! Kocht schon? Ja, der kocht schon seit vorgestern! Findest du die Location? Alles ok? Ja! Sehr gut, sehr gut! Ich werd ja nicht schwindlig bei so einer schönen Location! Schade, dass der Chef weg ist! Ich weiß nicht! Das ist schön! Ich kann die Untertitelung aus! Vielen Dank.